Was ist der Unterschied zwischen Bittermandel und Marzipan? Sehr oft findet man in Destillaten typische Bittermandel- bzw. Marzipan-Töne, vor allem in der Marille. Bei vielen Menschen wird die Marille so sehr geliebt, weil sie so einen schönen Marzipan-Ton hat. Eigentlich will man nicht den Steinton, eigentlich will man die Frucht, aber egal, jeder liebt, was er will. Doch fangen wir mal von vorne an. Es gibt Süßmandeln, es gibt Bittermandeln, da ist immer ein Teil dabei, und es gibt Marzipan. Nimmt man die Süßmandel her, dann hat man eben in einem Destillat, wenn man so will, von der Beschreibung her, die Süßmandel. Meistens wird Bittermandel immer in Verbindung auch mit leichter Röstaromen verwendet, somit wird in Destillaten auch das Vokabular bzw. das Wort Bittermandel verwendet. So, und was ist jetzt der Unterschied zwischen Mandel und Marzipan? Eigentlich ist der Unterschied nur eine Zugabe, nämlich das Rosenöl. Rosenöl ist die Marzipan drin, Mandel bzw. Bittermandel ist die Basis Süßmandel. Es gibt natürlich auch gebrannte Zuckermandeln, wie immer, aber Steinobst hat sehr, sehr oft auch Wildfrüchte, diese Bittermandeltöne, weil es eben ein Teil der Frucht, weil es ein Teil der Aromatik in Verbindung mit dem Stein ist. Wenn der Bittermandelton dezent, harmonisch, schön ist, ist es perfekt, ist der Bittermandelton so wuchtig, dass es marzipanig ist und vielleicht sogar ins Benzaldehyd geht, bitte, das ist nicht mehr schön, das ist aromatisiert und oberran. Als armes Gö servierte ich Ihnen heute kleine Happen sensorisches Wissen Kompakt. Haben Sie Lust auf das gesamte Menü? Ja, dann gehen Sie bitte auf unsere Webseite IWS TV oder auf YouTube. Liken Sie bitte die Beiträge, abonnieren Sie bitte den Kanal. Bis zur nächsten Folge von Inside World Spirits. Bis zur nächsten Folge von Inside World Spirits.